Ich bin sehr happy, auch für den Sieg und den Gruppensieg. Ich bin sehr happy, dass es geklappt hat, aber auch, dass wir das Spiel gewonnen haben. Erstes Spiel, jetzt endlich das erste Länderspiel. Wie sehen Sie denn die Chancen für Sie persönlich jetzt für die Europameisterschaft? Es wird sich zeigen. Natürlich ist es ein großes Ziel von mir, erfolgreich zu sein mit der Mannschaft. Natürlich dabei zu sein, aber es wird sich zeigen. Es ist noch ein bisschen Zeit zu überbrücken bis dahin und da muss alles gut laufen. Und da werde ich alles dafür tun, um dabei zu sein. Sie sehen ja schon wieder schier perfekt aus. Wo ist die Maske übrigens? Die ist in der Tasche, die muss ich ja mitnehmen. Mal schauen, ob ich sie nochmal brauche. Aber so von der Schwellung und vom Blauen her ist es schon ganz gut zurückgegangen.